Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen des Kinderpalliativzentrums Datteln, von den Teams aus dem Kinder- und Jugendhospiz Bethel und der SAPV der Weg nach Hause aus Bielefeld. Wir haben ganz früh in den Anfangsjahren um 2010 viel durch euch profitieren können. Das müssen wir und können wir ehrlich so sagen. Euer hohes Maß an Motivation, Fachwissen und Erfahrungen schon zu diesem Zeitpunkt haben uns geholfen auch hier im Netzwerk eine umfassende und auch vor allem menschliche Versorgung für die Familien zu Hause als auch im Kinderhospiz sicherzustellen und auch aufzubauen erst mal. Viele unserer Mitarbeiter waren im Forum für Familie und Fortbildung im Kinderpalliativzentrum, in der Weiterbildung für Spezialisierung in diesem Bereich oder auch für den Palliativcare-Kurs und sind dann hier auch wiederum mit hoher Motivation, die sie bei euch mitgegeben bekommen haben, hier durchgestartet, um diesen Bereich auch weiterzuentwickeln. Wir durften als drittes Team in Westfalen das Dreieck aus Münster-Datteln und dann Bielefeld in der SAPV für Kinder und Jugendliche kompletieren. Und auch in diesem Aufbau hattet ihr immer mit jedem Telefonat ganz schnell Ideen und Tipps, wie wir eine Versorgung besser gestalten können, wie wir ein Symptomgeschehen besser beeinflussen können oder näher noch an die Familie ranrücken können. Und wenn wir dann nicht weiter wussten, dann haben wir gleich die Familie informiert über das Kinderpalliativzentrum und die Möglichkeiten dort. Und die Familie hat in intensiven Aufenthalten dann eigentlich ihre eigenen Ressourcen wieder entdeckt und ist dann gestärkt wieder zu Hause angekommen, wo wir die Versorgung weiterführen konnten. Wir fühlen uns weiterhin in der Familie der Kinderpalliativversorger super sicher und gut aufgehoben. Das liegt auch an euch. Wir haben immer das Kinderpalliativzentrum als starken Partner im Hintergrund und durch jeglichen schnellen Kontakt oder auch durch ausführliche Gespräche persönlich bei euch vor Ort im Qualitätszirkel können wir viele Fragen lösen. Eine tolle Palliativversorgung lebt nicht nur durch Menschen mit ausreichendem Fachwissen und Erfahrung, sondern vielmehr durch tolle Menschen mit hoher Menschlichkeit und Eigenmotivation. Und wir müssen euch ein bisschen neidisch sagen, dass ihr die in den letzten Jahren immer gefunden habt und ein tolles Team gebildet habt. Also Grüße aus Bielefeld, dass es also auch in der Palliativ- und Hospizversorgung wirklich gibt. Wir wünschen euch für die nächsten zehn Jahre, mindestens für die nächsten zehn Jahre weiterhin viel Erfolg, denn wir sind uns sicher, dass ihr auch neuer Projekte nicht müde werdet und denkt ab und zu an uns. Wir melden uns auf jeden Fall weiterhin, wenn wir Fragen haben und freuen uns auch auf die nächsten Feiern, vielleicht im Rahmen der Kinderpalliativ- und Schmerztage oder bei einem etwas verspäteten Jubiläum, wo wir auch dann gerne eingeladen werden. Tschüss aus Bielefeld!